So, okay Aufnahme Pause. Alter ich habe da uns gefressen, irgendwo der Name steht. Okay und zurück bin ich hier. Das war der Tod seines Rechners. Sichtweite auf extrem gestellt. Ja, aber jetzt geht es ja, jetzt habe ich ja hier das neue Java drauf geklatscht, jetzt läuft es. Aber ich fand es schon ausprobiert. Auf Sichtweite extrem. Aber der quietscht halt so schön und das magst du nicht, deswegen muss ich es jetzt wieder ausschalten. Aber jetzt kriege ich es ja wieder ausschalten, jetzt habe ich ja kein Headset mehr auf. Was bringt das so eine große Sichtweite hier? Ich habe Sichtweite extrem, aber mir bringt es nichts. Ich stelle es einfach auf, fahr. Ach du Scheiße, ich muss was essen, ich gehe gleich drauf. Ach du Scheiße, ich nicht. Ja, 30 Frames, das geht schon. Obwohl es sich eigentlich wie gefühlt, dass es sich anfühlt, da werden halt 30 angezeigt. Ich habe es gerade fast abgenippelt. Och, schade. Ich sehe deinen Namen, Lukas. Bearsch mich doch nur. Nein, ich duck mich nämlich gerade schon extra, damit du meinen nicht siehst. Wie geil. Genau da bist du. Ja, ja. Ja, ja. Du siehst meinen Namen gar nicht, gibst du zu. Doch. Wenn ja, dann kommst du mir. Nee, weil ich gerade am meinen bin. Ja, ja, ja. Du siehst gerade Kohle und ich bin schon Level 25 bald. Ach, du bist schon Level kleiner, ja. Ich gehe aber schnell bei dir. Ja, aber wenn man meint, dann levelt man schnell, Lukas. Nicht, wenn man die ganze Zeit abnippelt wird wie du. Ich meine ja auch, aber ich level irgendwie nicht so ganz schnell. Ja, das bekommt man halt alles bei Kohle und Redstone. Ich glaube, es dürfte wieder Tag sein. Ja, es ist. Muss ich sonst aufbauen gehen. Es ist Tag. Ja. Da freue ich mich aber. Ich weiß. Kaufst du jetzt eine Dauerlutsche? Ja, natürlich. Wie geil. Und nicht nur einen. Vielleicht zwei. Mhm, ich glaube, ich habe erst mal unser altes Haus. Wie viel Platz habe ich da noch? Okay, ein bisschen was. Alter, da oben war gerade so ein Hültchen. Ich denke mir, so alt, dass der Hasi da mit dem Schwert drin ist. Ist der Wink oder was? Jetzt, Sigi. Ich habe halt nur einen Teil davon gesehen. Das heißt, ich muss sie mitnehmen. Dann weiß ich, wo du bist. Gut, danke dafür. Ich weiß, dass es die einzigen Hühner hier in der Nähe gibt. Einen Zaun da drinnen. Doch. Okay, ich sag dir, wo ich bin, weil wir wollen uns ja sowieso verbinden. Wenn du bei einem Turm bist... Nein, bei uns in einer alten Bude da in der Nähe. Da ist so ein kleiner Berg. Nein, 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 wenn du beim Turm bist, dahinter, ist so eine kleine Pfitze und da hab ich mir ein Loch angebuddelt. Oh, mein Gott. Genau wie in unserer alten Butze. Äh, der Testrun, meine ich. Alter, war ich schon noch auf der einen Welt, da die fette Arena gebaut habe. Ja, da könnten wir dann auch mal so ein kleines Ding jetzt machen, wo wir unsere Katzenbombe gemacht haben. Die ist, weil der heute ist Dienstag. Oh, ich hab wieder Holz, das ist ja schön, muss ich gleich mitnehmen. Cool, die Katzenbombe ist gestern online gekommen. Alter, wie viel Kohle, nimm dir auch da was mit. Nimm dir einfach ein Stack mit. Ein Stack nur? Ne, ich nimm viel mehr mit. Wozu brauchst du so viel? Ja, natürlich. Wozu? Eins... Verschiedene, sagen wir es so. Drei, vier, fünf, fuck. Glaub recht viel mehr brauche ich gerade auch gar nicht. Sechs. Ne. Dann bin ich schon wieder weg. Für das, dass du eine Verbrachung hast, hätten wir eigentlich einen Gewinn gemacht. Wieso muss hier Lava sein? Damit ich damals aber freue mich, wenn ich nicht mehr da bin. Oh ja. Das ist mir so kasselt. Mein Schatz ist weg, Mama. Dann muss ich nicht mehr mit seinen Eltern wohnen. Okay. Da hat man, glaube ich, gerade deinen Bruder im Hintergrund gehört. Lukas. Was? Da hat gerade dein Bruder im Hintergrund gehört. Oder war das dein Vater? Ne, das war dein Vater. Keine Ahnung, es kann sein. Schön mach. Muss ich nicht rausschneiden. Kannst du drin lassen, ist ja Buskalsleis im Hintergrund. Bloß wenn hier jemand reinkommt, dann... Hey, cool. Ich sehe hier wieder nichts. Mal umblicken, wo der Luka sein kann. Gell, unsere alten Nöte war doch Holz, gell? Hä? Ja, unsere alten Nöte ist doch Holz. Das ist doch Holz gesammelt, gell? Keine Ahnung. Hier muss man kurz nochmal aufmachen. Ja, da war noch... Und weiter geht's. Da ist doch Holz, das sind gleich was gesammelt. Bei der alten Nöte nicht. Ja doch, die wurde drin bist. Ja, das ist ja keine alte Hütte. Ja, bei der Hütte hast du doch Holz gesammelt, gell? Ja, da außenrum, halt da. Ja, ist weg. Wie, hä? Ganze Holz. Also, wo das Holz ist? Bei dir. Ja. Was ist das für das? Mal über einen Stack. Mhm. Farm wieder was. Ja, ich farm ja auch so für mich. Sonst entschalte ich dir ein Schwert und dann gebe ich dir eins auf die Mütze. Muss ich mich erstmal finden. Du hast mir gesagt, wie du bist. Mhm. Teleporten zählt nicht. Nee, du hast mir gesagt, wo du bist. Ja, scheiße. Okay, das ist ein Fake. Ja, ich sammle ja wenigstens für mich. Ja, aber du hast das ganze Holz aus der alten Butze noch mit... ...es aus der derzeitigen Butze noch mitgenommen. Doch, das habe ich mitgenommen. Das habe ich für mich gefarmt. Es ist weg. Ja, dann farmst du mir Neues. Ja, ich bin gerade dabei. Und sonst will ich mir kommen und das abholen. Dann schaue ich mir gleich deine Butze an. Ich bin jetzt hier eh bald fertig mit meinen... Ja, das ist meine letzte Picke. Und ich habe sechs Diamanten ergattert. Kranker Shit. Bist du schon wieder auf dem Obenweg, oder? Nee, noch nicht. Ich will jetzt noch Level 29 werden hier unten. Nächstes Level bist du? 27 fast. Krautesheim. So, das muss ich halt den Rest durch Kühe abschlachten und so weiter bekommen. Und Viecher. So, die Kohle wandert gleich mal in meinen Ofen rein. Die andere Kohle in meinen anderen Ofen. Da mal der ganze Scheiß-Koppel rein. Null. Heu. Sag dir, ich finde das immer noch so krass, wie schnell dieser Rechner eigentlich so eine LOL-Wild dann lädt. Echt, fünf Sekunden Ladezeit und ich bin drin. Das war schön. Vor allem, wenn du disconnectest, da dauert es länger, da irgendwie Passwort einzugeben und einzuloggen, als dass du da connectest. Connecten, da macht kurz den Bildschirm. Fünf Sekunden später geht's los. Was, wenn man sich dumm, kannst du meinen Namen nicht sehen, oder was? Ja, toll. Ja, ja, wir wollen uns sagen, also ich baue mir dann auch so eine Butze und ja, da verbinden wir zwei uns sozusagen und wir bauen unsere Butzen dann halt unterirdisch, bauen wir dann so einen kleinen Tunnel, so zwischen uns so einem Verbindungstunnel. Dann machen wir dann auch einen Enchanting-Room, dann treten wir den Mannes mal richtig fett in den Arsch. Ja, da machen wir dann so einen schönen Enchanting-Room und auch... Meine Maus hängt irgendwie. Ah, das kam ja wieder. Wir sind hochgezogen, so an den Tisch. Und dann machen wir auch einen Enchanting-Room da unten nochmal hin. Und halt so Dingens, Reparatur mit Amboss. Was, was wollt' man noch machen, denn, wie heißt's, äh, so ein Trankzeug-Room-Müschel. Ja, mit Neter-Wazen-Farm, also müssen wir noch in den Neter und Neter-Wazen finden. Ja, jetzt level ich langsam mal, weil ich hier so Stein verbrenne. Okay, wir sind bald full of Mana, nicht mal, full of Equip. Naja, kann ich ja noch ein bisschen mit der Farbe, ist ja nicht so schlimm. Wenigstens Level 27 werden. Okay, ich geh hoch. Hab eh fast keine Dinge mehr. Ich ärgere nicht, dass du hoch gehst. Au, ja, dann besuche ich dich gleich mal. Viecher muss ich eh noch schlachten. Ach, das mal weg. Hm, hm. Oh, schöne 60 Frames. Da stehst du drauf auf den 60 Frames. Oh, ja. Höhe 45, 6. Alter. Die Mini mehr passt irgendwie nicht so mit dem Ding ins. Da steht 55, da steht 56. Alter! 90 FPS, willst du mich verarschen? Aber schön, das ist sehr erfreulich. 90 FPS. Hm, ich würde mal sagen, es wird wieder Nacht, oder? Ja. Keine Ahnung, ich habe ein Bett. Das sind nur noch 30. Was hast du für ein Problem? Tobi ist das Problem. Gehen wir pennen? Dann komm ich mal zu dir. Ja, so freut mich, was mir nur noch hier kurz Treppen machen. Du kannst derweil in deiner Hütte hier noch einschroben, oder? Du kannst derweil in deiner Hütte hier noch einschroben, oder? Okay. Äh. Was könnte ich in der Zeit noch machen? Ich habe mir das immer vorgeschlagen. Hier mal so ein bisschen sortieren. Ähm. Der Rest passt. Zack, zack. Na toll. Ne. Der Rest passt. Hm. Weiß was ich mache, ich gehe raus. Und dann kommst du zu mir, oder was? Muss nicht sein. Also ja. Äh. Ich renne mal kurz Mattes Minecraft-Bahn entlang. Reparier sie. Oh, meine Hütte sieht schon fast akzeptabel aus. Durch das, was ich bis jetzt gebaut habe. Ich möchte ja auch mal anfangen zu sortieren und so. Das mache ich auch gleich mal. Wo bist du Endor-Man? Ich warte auf dich. Ah, da ist er ja. Ein Schlagerstuch. Oh Mann, das hat doch nicht mal eine Perle. Also hinter unserer Al... äh, hinter dem neuen Türmchen... Ach, da sehe ich schon den Tümpel. Hat am Schliefer was in die Luft gesprengert? Hm, nicht sicher. Hey, da ist ein Zombie. Wo bist du hin? Zombie. Da. Was ist das? Ich bin... Okay... Hinter dem Türmchen ist es aber nicht Lukas. Das ist wahr. Nein, ich zeige dir, was es ist. Äh, da wo die Hühner sind. Wo du schon gesagt hast, da wo die eine einzige Stelle ist, wo die Hühner sind. Da ist auch nochmal irgendwie recht abgelegen so eine Kelle Fütze. und da bin ich drin es ist gleich nacht die jahre sprach nein das sind so viele Viecher ab ab wieder an der gleichen Stelle das eigentlich macht nebenan damit das ist ja nicht mal das loch in dem wasser gebuddelt praktisch kann man nach oben plötzlich zu mich dann wo hast du das dann gemacht bei der pfüste da oder ich komme nach oben ab ab es ist nicht an der gleichen Stelle wie nein das zeigt woanders ich weiß wo du bist die Klatsche entgegen da weil es überall fliecher leck mich doch am Arsch wo ist Norwe ich hab meine Eier dabei ähm weißt du noch wo unser ähm Zuckerrohrfeld war? warte ich sie nicht laufen geh mal zum Zuckerrohrfeld dann siehst du mich schon Zuckerrohrfeld bin ich nett schau nach hinten wann bist du hässlich das ist ein Creeper bei dir das ist eine Spinne lass die Hühner legen die Bäume auf na dann komm mal mit ... ... ... so ich hie rein nein nein es ist noch ... ich bin anders das war freunde